Das ist es, der Boogie für Geige. Und ich bin sicher, Sie erinnern sich, Helmut, darf ich dich bitten, einmal rüber zu gehen, auch wenn es dir schwer fällt. Ach, spielen soll ich auch noch? Ja, logisch, jetzt ist es zu spielen. Da drüben liegt deine Geige. Jetzt hast du gespielt. Jetzt tust du so, als wüsstest du das nicht. Natürlich spielt er den Boogie für Geige. Nicht nur für Herrn Grammersdorf in Erinnerung, sondern für Sie alle. Die Geige hat er. Paulchen gibt langsam drei vor. Der Boogie für Geige, Helmut Zacharias. Der Boogie für Geige 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 Der Boogie für Geige